ARD Text im Auftrag von Funk Haben wir eben grad auch geschafft? Ja Ich bin gestorben Aber den Doktor hab ich auch nur einen oder zwei Mal gespielt Ich hab mir vergessen was der kann Oh je Hä? Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Doch, doch der Schlocki Wir haben keine Ahnung was hier macht Das war uncool Oh je Was macht's hier? Das neue hier Oh oh Kommt der? Scheiße ja Scheiße ja Abbruch, Abbruch Factor not clear Oh oh, es ist Kiwi Abbruch, 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 Abbruch Abbruch, 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 Abbruch Es ist klar Ja, Abbruch, Abbruch Ja, Abbruch, Abbruch Wenn du so wegjogst Wenn du von mir weg gehst Da steht da wie so ein Pedo hinter mir Ich bin nicht Nein Ich bin nicht bekackt Warum? Ja, ich bin nicht bekackt Du hast mich abgeleckt Ich bin nicht abgeleckt Ich bin nicht abgeleckt Das hat keiner gesehn Du hast mich nicht gesehn Das seht nicht die Böse, die du suchst Danke! Oh Leute, hier kommt! Hier kommt! Hier kommt! Hier kommt! Ja, ich bin nicht schnell Kiwi weiß, wie man rennt? Nein, ich kehrt ab und zu bei mir nicht Du musst L1 gedrückt halten, dann einfach nur im linken Sitzig laufen Ja, das ist meins, dass du hier irgendwo linkrabbelst, komm her! Ich bin tot! Was? Ja, das hat man gehackt und damit ist man doot Oje, das ging ja aber schnell Ja, vorhin auch so Kiwi! Neeee Vorsicht, Thomas! Ich hör nur so schreiben, ey! Ich geh doch lieber weg! Nee! Tschüüüüüü! Nee, nee, lass das! Haben wir überhaupt schon den Generator geschafft oder? Ja, ne! Ja, eine ist schon! Ich höre nichts und sehe nichts. Mashallah Habibo. Was hast du gerade gesagt, Burns? Marshmallow Habibo. Haribo. Marshmallow Haribo. Nein! Marshmallow Haribo. Ich häng fest in der Map. Fick doch die Hände. Oh mein Gott. Sektor not clear. Sektor not clear? Sektor not clear! Das sind nicht die Burnse die du suchst. Das sind nicht die Burnse die du suchst. Das sind nicht die Burnse die du suchst. Ich habe Burn. Ich mache jetzt Roleplay. Oh Gott. Das hört sich nicht nach einem Roleplay an. Oh ich bin hier in so einen Pornokeller gelandet. Pornokeller? So? Ja. War kannst du ein Roleplay machen. Ja. Es könnte auch sein. Nur auch drei. Was macht denn hier? Halt auf. Macht weiter. Ich schaff das. Ich glaub an euch. Lando Carissian. Nein. Lando ist alt. Ich hab's nicht weg. Ich hab's nicht weg. Ich hab's nicht weg. Ich hab's nicht weg. Jetzt häng ich hier mir. Ich häng hier wie so ein guter Schinken im Keller ey. Lass mal ein Schinken holen. Ich bin ein kleiner. Oh Gott. Ich hab's nicht weg. Ich hab's nicht weg. Das war gerade noch ey. Puh. Ey, lass mal ein Schinken holen. Das war er nicht. Jannis Abbruch. Hier gibt's kein Schinken. Das ist Gammelschinken. Jannis Abbruch. Jannis Abbruch. Jannis Abbruch. Jannis Abbruch. Was sag ich hier? Alter das ist nicht normal oder? Nein. Nein. Alter. Ich leute genau neben ihr. What the fuck? Oh mein Gott ey. Ich sag dazu nichts. Ich sag jetzt nicht. Ich sag wieder im Schrank. Ich sag jetzt nicht. Alter ich fack ihn. Oh was ist er zuerst in meinem Traumkanal? Schlagy du standst genau vor mir ne? Was? Ich war den Generaldecker. Lauf! Zurückl army. Ich versuche hier zu laufen. Ich war den Generaldecker. Mach's weiter so! Ich чаще.» Komm her jetzt. Nein! Jetzt komm her immer noch hinter dir her. Isst dich mit seinem Spiel! Bitte aus Schwabbing. Ich war die Gegenwart legal. Schnell schneid. Sch Помumble. Ich darf. Ich hab erst recht dafür Wiggle Wiggle Oh nein Ich push den Button Bis die Finger wund sind Ich push den Button Alter ich push immer noch den Button Alter Nein Nein Alter GZ Alter GZ Alter Ja weißt du Shoggy ist aber auch gut dass wir nicht die Anker Also diese Dinger abcampen weil sonst wärs zu unfair Oh nein Mach ich auch nicht Hab ich auch nicht gemacht Naja es wär sonst zu unfair dann wärs auch nicht so lustig Natürlich Was soll ich denn? Freu ich mich auch grad Jungs wo bist du? Shoggy wenn ich ehrlich bin ich frag mich auch grad wo ich bin Ich bin im stickigen dichten Fichten dickicht Was? 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 Was machst du da? Ohne Rätsel Ach man Jo wo sind die denn Generatoren? Was? Ich sehe euch heute nicht mehr Du musst auf die Lichter als diese diese Dinger da achten wo das Licht Äh Hi Shoggy Nein Oh Gott Ja ne Komm her Nö 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 Du hast gemessen das du gegessen hast Nein Nein Es ist ziemlich unappetitlich hier Auch Janis komisch Ne 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 Schloggy Nein 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 doch Och Alter Schwede Nö Waa Surprise I Surprise mother Surprise Surprise Mabah Nö Ne Oh nö Janis kommt der her auch schließen hr auch kurz vor Ort begleitet Lauf Lauf ich will nicht mehr und die warum tust du das was ja was haben wir denn getan nein komm jetzt, das kann nicht eigentlich das ist jetzt nicht dein ernst ich muss das Ding so verlieren das ist nicht dein ernst nein 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 da hast du die Kiste, die Kiste nehmen ja aber ich hab ja hier schon was das ist mein Burn's down ah wie geil ey nach Verständnis gab's irgendeinem Kackschwamm ich will nicht mehr Nein Shloggy du siehst mich nicht Nein Shloggy Nein Shloggy Shloggy du siehst ja besonders gut aus heute Ja, der ist wie Shloggy Ja Das war der Vorgeschmack von der Posterklau oder so Man nannt ihn auch den Tunnelgräber Ah Shhh Oh Mist David Nein Ja ich wickel doch schon Wickel 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 Vorsicht Laura Er ist in der Nähe Nein Voll geil Roleplay Boah Miese Harald ey Nein Boah Das gibt's nicht Das kann auch nur Laura schaffen Nein Das kann auch nur Laura schaffen Das kann auch nur Laura schaffen Alter ich wurde runtergeholt um wieder bestraft zu werden Oh Oh nein jetzt muss ich ja Ah Nee War das nicht die Taste an deinem Controller die nicht so gut ging Ja die Laura die ist schon Lange weg Nee Oh Vorsicht Laura Alter Dead by Dead Das ist das Spiel wo die Controller wieder kaputt gehen ey Nein Ich hab nicht mehr viel Zeit Nein Janestein gibt's neue Ja klar KGi Ich hätte jetzt so gerne Caprizone ey Du trink gerade Nein 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 Schlocki Nein Schlocki Schlocki darf kein Schlocki darf nicht mehr böse spielen Das ist gemein Laura du musst twerken nicht wigglen 1 2 3 Schlocki komm vorbei Nein Alter jedes deutsche Schiff brennt geführt ins den Scheißpilfass Hä Du schaffst es Laura Äh Thomas Äh Thomas Oh man ey Versuch war's wert Versuch's war's wert Versuch's war's wert Hör mal was Laura Willst du mal Ja Kann ich versuchen Was ist das für eine billige Mama Laura Willst du mal wieder böse sein Hier Heitere 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 Untertitelung des ZDF, 2020